hallo ich bin tanja hausmann willkommen bei deiner bastel sendung da kreler hier geht es rund um basteln und gestalten im moment haben wir eine 30 tage challenge laufen und heute ist der 30 tag und zwar geht es um papier streifen die wir alle genug in unsere kisten haben und ja ich habe diesmal manche von euch haben auch ein farbe gestoffen wie ihr mir geschrieben habt und ich habe mich jetzt für eine farbe entschieden ihr könnt natürlich auch eine andere farbe nehmen ich habe jetzt rot genommen und nehme jetzt jeweils insgesamt sechs streifen in rot die sind circa zwei zentimeter breit und die klebe ich jetzt einmal längst und einmal so quer übereinander dann haben wir dieses raster der überschuss der wird natürlich mit einer schere weggeschnitten und jetzt geht es weiter jetzt habe ich wieder meine satellenband reste genommen und und zwar habe ich die vorgeschnitten dass die jeweils einmal rumpassen und so kann ich meine papier streifen noch ein bisschen mehr schön verzieren und dekorieren und bekommen natürlich auch noch meine schleifen band reste ein bisschen weg gebastelt ja fixieren tue ich immer auf der rückseite wie du siehst da habe ich ein kleines bisschen doppelseitigen klebeband aufgetragen und damit fixiere ich die bänder und das ganze mache ich natürlich auch noch mal längs so dass das ganze ein sehr interessantes muster ergibt ja das ist mittlerweile der dreisteste tag dieser challenge aber du musst nicht traurig sein und wenn du den kanal noch nicht abonniert hast aber mir doch den kanal um kein zukünftiges video zu verpassen denn natürlich geht es hier mit bastel videos auf diesem kanal natürlich auch weiter ja als nächstes nehme ich jetzt doppelseitigen kleber roller und klebe diesen hintergrund auf eine doppelkarte in a6 wie du siehst der rand ist oben und unten ziemlich knapp diesmal das liegt einfach daran dass ich jetzt auch einfach dieses einlageblatt genommen hatte vom format her und das ist natürlich größer als dieses 10 mal 14 wie es sonst zuschneide das ist dann genau passend bis zum rand ganz knapp da mal kleinen randen noch übrig ja jetzt stempel ich als nächstes so einen kranz und eine jahreszahl ich habe wenig karten mit 90 deswegen habe ich mir gedacht ich mache mal wieder eine karte zum 90 geburtstag und das ganze stand sich natürlich aus und jetzt stand sich auch noch mal einen hintergrund aus in gold jetzt nehme ich mal wieder konturensticker wie ich ja schon mal gesagt habe der habe ich genug von und die möchte ich jetzt so nach und nach verbasteln die habe ich jetzt auch auf dem weißen fotokarton geklebt und jetzt schneide ich das ganze einmal zurecht dann klebe ich das ganze noch mal auf einen goldfarbenen fotokarton rest dann wiederholt sich das gold von oben und natürlich von den bändern auch das schneide ich mir wieder zurecht jetzt nehme ich mir ein millimeter pads und klebe das ganze einmal auf meine karte ja das hatte ich noch nicht festgeklebt das lebe ich jetzt auch noch mal mit doppelseiten kleberoller drauf und das ist schon meine heutige karte einfach gemacht und trotzdem sehr effektiv voll wie gesagt nimm die farbe die du gerne möchtest und es muss nicht rot sein ich sage bis bald bastel dich glücklich deine tanja